Amen. Schön, dass wir unsere Kinder anleiten dürfen. Sprüche 1,8 sagt, höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirr nicht, verwirr nicht die Lehre deiner Mutter. Diesem Vers spricht Salomo zu den Kindern, aber gleichzeitig auch zu uns Eltern. Denn die Frage ist, gibt der Vater die Unterweisung? Lehrt die Mutter die Kinder? Und ich denke, dass wir heutzutage in Bezug auf unsere Beziehung zu unseren Kindern einerseits viel gewonnen haben. Die meisten Eltern können gute Gespräche, haben guten Zugang zu den Kindern, können vielmehr ihre Meinung auch hören. Aber andererseits fallen wir in einer Tappen. Wir hören, was sie sagen, hören ihre Meinung. Aber wenn es darum geht, sie dann anzuleiten oder sie zurechtzuweisen, sie korrigieren, dann lassen wir es ein. Heutzutage sieht man viele Eltern, die Bücher und Videos über Erziehungsmethode verwenden. Und viele vergessen, das Buch zu gebrauchen, der der Anfang aller Weisheit ist. Das Wort Gottes. Zurzeit lese ich meinem Bibeleseplan das Buch von Sprüchen. Und dieses Buch ist eine Schule für Erziehung. Nicht nur für Kinder, sondern auch für uns Erwachsene. Dieses Buch gibt uns die Rechtlinie und auch die Beispiele, die wir brauchen, um unsere Kinder zu erziehen. Zum Beispiel in Sprüche 4, 3 sagt Salomo, als ich noch bei meinem Vater war, sagte er zu mir, nimm dir meine Worte zu Herzen, befolge meine Gebote und du wirst leben. David sprach über Gott mit seinen Kindern. Aber im 1. Könige 1, 6 lesen wir über die Geschichte von Ammon, das ist einer der Söhne Davids. Und da sagt die Bibel von David, noch nie in seinem Leben, oder von Ammon, war er von seinem Vater David ermannt worden. Der König hat ihn nie gefragt, warum tust du das? David sprach über Gott, aber er korrigierte nicht das Verhalten seiner Kinder. Er korrigierte ihre Sturheit und ihr Ungehorsam nicht. Und so wuchs auch Salomo auf. Er wusste, was richtig war, aber machte das was falsch. Er schrieb, dass der Mann nicht von der bösen Frau verführt werden sollte, aber er selbst hatte hunderte von Frauen, die ihn verführt haben, andere Götter anzubieten. Er lehrte über Zipplin, über Weisheit, aber sein Sohn Rehabiam, er tat, was dem Herrn missfiel. Und die sind noch die nicht so krassen Beispiele in der Bibel. Da steht noch die Geschichte von Eli. Eli hörte die Leute sagen, deine Söhne schlafen mit den Frauen, die im Eingang vom Zelt Gottes Dienst haben. Und Eli sprach mit seinen Söhnen. Warum macht ihr das? Das ist falsch. Er sprach, aber er korrigierte nicht ihr Verhalten. Er redete, aber er forderte keine Heiligkeit, keine Veränderung. Und dann sendet Gott ein Prophet zu Eli und er sagt dann durch ihn, du weisst, ich habe dich als meinen Priester erwählt, aber warum ehrst du deine Kinder mehr als mich? Und dann gab Gott Eli die Chance, eine Veränderung zu bringen, die Kinder zu korrigieren. Aber Eli nahm es nicht ernst. Und dann gebraucht Gott den jungen Samuel, um Eli zu sagen, ich werde deine Familie richten, weil deine Kinder mich nicht geehrt haben. Ich habe dir gesagt, dass ich es tun werde, aber du hast sie nicht gewehrt. In diesem Moment hätte Eli sagen können, Gott, ich habe gegen dich gesündigt. Ich will, bitte vergib mir, ich will meine Familie wieder in Ordnung bringen. Aber er macht es nicht. Was sagt Eli? Er ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefährlich ist. Gott hat ihm schon gezeigt, dass es nicht sein Wunsch war, zu bestrafen. Er gab so viele Chancen, aber Eli war nicht bereit, etwas zu ändern. Und seine Kinder starben im Krieg. Und wo er diese böse Nachricht bekam, fiel er von seinen Stuhl nach hinten und starb, weil er schwer und alt war. Ich weiss, diese Geschichte ist sehr krass. Aber wo ich sie gelesen habe, merkte ich, wie viel auch bei uns, diese Ehrfurcht vor Gott, vor Gottes Wort, wo wir es nicht mehr haben. Oft erziehen wir unsere Kinder genauso, wie die Welt es macht. Und wir vergessen, dass wir ein besonderes Volk sind. Wir sind ein Volk, das ein Handbuch hat, das es verdient, gelesen und angenommen zu werden. Wir sind ein Volk, wo wir einen Gott haben, der es verdient, geehrt zu werden. Wir können nicht länger ein Auge zudrücken und Sünde zu Hause dulden. Der Ungehorsam zum Beispiel. Wie oft sagen wir unseren Kindern, dass sie etwas tun sollen und sie gehorchen nicht und wir lassen es sein. Wahrscheinlich hat es mir nicht gehört, hat mich nicht richtig verstanden. Oder wir sagen zu dem Kind, warum sage ich dir noch etwas, du hörst sowieso nicht auf mich. Das ist die Sünde bedecken. Wir sagen, aber korrigieren nicht. Schimpfen, aber verlangen keine Veränderungen. Wenn ich zum Beispiel meinem Kind sage, er soll sein Spielzeug aufräumen, kann ich von ihm kein anderes Verhalten erwarten, als das Spielzeug aufzuräumen. Ich bleibe dran, bis es weggeräumt wurde. Wenn ich meinem Kind sage, dass es um 16 Uhr zu Hause sein muss, erwarte ich nichts anderes, als er um 16 Uhr zu Hause ist. Wenn das nicht passiert, verliert er Privilege zu Hause, muss nächstes Mal schon um 15 Uhr da sein. Ich kann aber nicht annehmen, dass das Kind ungehorsam ist und keine Konsequenzen erfolgt. Lehren heißt, den Fehler zu korrigieren. Es geht nicht um Schimpfen, es geht nicht um Schreien, sondern um Lehren, die richtige Haltung zu haben. Der Ungehorsam, haben wir gesagt, oder auch wenn unsere Kinder mehr geehrt werden als Gott selbst. Wenn wir Gottes Wort nicht ernst nehmen. Eine Mutter erzählte mir, dass ihr Sohn nicht mehr in der Gemeinde kommen wollte und dass wir immer so viel Stress zu Hause haben, bevor sie kommen sollten. Deshalb hat sie sich entschieden, sie würde ihm nicht mehr sagen, komm mit, sondern sie schickte dann ihm nur coole Predigte aus dem Internet durch WhatsApp, damit es anschauen. Und sie sagt, es war so schön, denn über diese Predigt freute er sich und konnten sogar darüber zu Hause reden. Das heißt, während sie zum Gottesdienst kam, blieb er zu Hause und mit seinem Handy da. Vielleicht findet ein oder andere die Idee sogar interessant, aber in dieser Haltung sehen wir nicht die Ehrfurcht vor Gott. Es ist der Kind mehr zu ehren als Gott. Erstens, weil die Bibel sagt, dass wir uns im Haus Gottes treffen sollen. Wir sollen die Gemeinschaft unter Heiligen haben. Im Hebräer steht, es ist nicht gut, sich von der Gemeindeversammlung fern zu bleiben, so wie einige es tun. In der Apostelgeschichte heißt, gemeinsam beteten sie im Tempel zu Gott. Zweitens, weil in der Gemeinde unsere Kinder auch von anderen lernen werden. Es ist, sie werden nicht nur von uns, wir werden es nicht schaffen alleine. Sie brauchen diese Ermahnung, diese Ermutigung untereinander. Sie müssen lernen zu kämpfen mit Menschen, die genau dieselbe Schwierigkeiten durchmachen. Zweitens, weil wir lernen müssen, uns feste Nahrung zu nehmen und nicht nur Milch. Nur lustige und coole Predigt zu hören oder die schönste Bibelfersse rauszunehmen, bringt kein Wachstum. Unsere Kinder müssen lernen, feste Speise zu nehmen, sich von der ganzen Wahrheit zu ernähren. Viertens, weil wir hier lernen, uns für den Reich Gottes einzusetzen, zu dienen. Und das erleben wir nicht, wenn wir zu Hause im Sofa vor dem Handy stehen. Es gibt viele weitere Gründe, aber wir machen weiter. Wenn ich eine Situation mit meinem Kind bin und ich bin versucht, das sein zu lassen, dann sollte ich Gott um Hilfe bitten, um Weisheit, damit ich mein Kind korrigieren kann. Und Gott wird ihm immer wieder fragen, wie soll ich oder wo soll ich mein Kind jetzt korrigieren? Was muss zu Hause geändert werden? Wie sieht die Zeit mit dem Computer? Passt das? Vielleicht die Zeit, die mit dem Handy bleibt. Oder die Zeit, dass das Kind beim Lernen verbringt und dafür nicht die Zeit hat, im Gottesdienst zu kommen. Vielleicht etwas, was das Kind liest. Die Freunde, wie es mit anderen Menschen umgeht, wie es mit mir als Eltern redet. Dann werde ich beten um Strategie und ich werde anfangen, mein Kind anzuleiten und wieder zurück auf den Weg Gottes zu bringen. Die Falle, die wir sehr schnell fallen, ist, von unseren Kindern manipuliert zu werden. Und nicht, weil sie böse sind, sondern weil wir Mangel an Weisheit haben. Weil wir unsere Kinder mehr ehren als Gott. Wir befolgen Bücher, wir befolgen der menschliche Intelligenz, weil der Psycholog das gesagt hat, weil die Schwester, der Nachbarn, der Kind das gesagt hat. Und wir vergessen, der Ratsch liegt, denn Gott uns in seinem Wort geht, seine Weisheit. Was wir nicht machen sollten, ist sagen, es ist zu schwer, ich schaffe es nicht, wenn Gott will, macht er schon was. Wir haben diese Verantwortung vor Gott. Wir haben dieses Kind bekommen und wir dürfen ihn zurückbringen zu Gott. Voll Weisheit, voll Anleitung und mit seinem Wort. Wir müssen keine Angst haben, unsere Kinder nicht zu gefallen, wenn es darum geht, Gott mehr zu gefallen. Wir wollen nicht wie Eli sein, nur sitzen und zusehen, wie die bösen Nachrichten kommen, sondern aufstehen und ohne Angst unsere Kinder immer wieder in die Ehefurcht Gottes lehren. Wir werden es nicht immer richtig machen, unsere Kinder auch nicht, aber wir wollen nicht mehr passiv zusehen, sondern in jeder Situation lernen und weitergehen und sie zurück zum Herrn bringen. Amen. Lieber Gott, wir danken dir, danke dir, Herr, dass auch in deinem Wort nicht nur perfekte Menschen waren, nicht nur wunderbare und schöne Familien, sondern auch diese Familien, auch David Familie hatte seine Schwierigkeiten und auch er durfte sich anleiten lassen von dir. Und genauso bete ich für unsere Familie. Herr, ich bete um deine Hilfe, ich bete, dass wir aufstehen. Herr, wir wollen nicht da sitzen und zuschauen, wie der Feind unsere Kinder von uns wegnehmt. Wir wollen wirklich einstehen im Gebet für sie. Wir wollen sie auch mit ihnen reden und auch zeigen. Aber vielmehr, wir wollen sehen, dass die Haltung auch verändern wird. Wir wollen sehen, Herr, wie sie zurück zu deinem Wort kommen. Und wir beten dafür, Weisheit, ein Herz, der bereit ist, sich zu verändern lassen. Und auch uns Eltern, Herr, wirklich, Herr, diese Erkenntnis nach deinem Wort. Was möchtest du für unsere Kinder? Nicht, was alle anderen draussen sagen, sondern dein Wort ist die Wahrheit. Und auf diese Wahrheit basiert unser Haus. Wir danken, dass wir es haben. Wir danken, dass wir es erleben dürfen und loben und preisen deinen Namen. Amen.